Hallo Leute und willkommen zurück zu Zelda der letzten Part wollen wir hier stehen geblieben bei diesen letzten Uhr licht und nicht mal sagen das machen wir jetzt platt so komm ran herkommt ein verdoppelungstrick bringt ja auch nichts machen sich trotzdem platt es war jetzt die falsche Taste hab ich die falsche Taste jetzt gerückt Art und nicht mehr getroffen drückte schon die falsche Taste und dann trifft es nicht mal so und wie ihr seht immer den anschießen der sich gerade gedreht hat das ist nämlich dann immer der Richtige ich weiß nicht ob ihr das jetzt gehört habt aber mein Antivierenprogramm hat sich sind geabt geabt und er ob die Stille auf dem Fahrstuhl nur okay Prozent so ist die Pfeile weg Romani zum Beispiel und genau um Dreh in den so da war man hier hier kommen hier haben wir das kultular ohr ein rubin das überflüssige riskiert sonst nicht geben können hier ist nicht die Warte drehen Schiebeling liegt es so stark da kann die Wende eines ganzen Raums verschieben Schiebeling das wurde dort Standort Verfassung die war aber nicht nach Mensch ach Worte Möller ich glaube jetzt habe ich Mist gebaut hier habe ich doch nicht gut alles klar so nix nichts so Jetzt kommen wir auch zum Endboss. So. Was haben wir denn hier oben? Ähm. Nichts. Kein Endboss da. Nur seltsame Bilder. Na, komm mal, wo wir gehen. Oh mein Gott. Oh, der ist schon wieder. Komm, geh weg. Wir wollen uns nicht mit deiner Grünsucht anstecken. Ja, da brauchst du auch gar nicht so hässlich zu lachen. Äh. Reiten des Unheils, Phantom-Ganon. Oh, 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 oh. Ja, komm, noch nicht so scheißen. Sag mir, lieber aus welchem Bild du jetzt kommst. Ah, da ist er. Ah, Donnerwicht. So. Ah, verdammt. Ah, Mann, ey. Nicht getroffen. Oh, Mensch. Blöder Arsch, ey. Ah, komm, lach nicht so scheißen. Ich stell mich jetzt einfach hier in die Mitte. War nämlich recht ungünstig, wie ich da stande. Ja, komm, wo bist du? Hier? Ne. Ah, verdammt. Ah, komm, leck mich. Ja. 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 Na, Mann, ey. Oh, ey, schon wird doch nicht. Ich glaube, es hackt, ey. Oh, Leute. Oh, das kann ich doch... Oh. Ey, ich, ich... Boah. Ey, wenn ich den Typen in die Fusten kriege, ey. Jetzt hab ich dich. Ah. So, Leute. Und jetzt wechsle ich mein Schwert. Haha, jetzt kommt euch zum ersten Mal so richtig unser Big-Goron-Schwert. Boah. Blöder Arsch, ey. Oh, gleich getroffen. Ja, man nimmt das zu blöder Arsch, ey. Oh, nicht getroffen. Hey. Hey. Ey. Oh, komm, ran. Oh. Soll ich von dem Ding treffen lassen und sich damit das Ding nicht uns zurückschießen. Oh, lacht nicht so scheiße, ey. Sind sind... Der Typ reizt mich irgendwie, Leute. Komm, ran. Und... Bam. Ja. Bam. Oh. Gott sei Dank haben wir zwei Fähne, ey. Hier, frisst das. Hm. Ah. Ah. Jawohl. Und hier, komm, verrückt, du blöd... Ja. 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 Du hast dich tapfer geschlagen. Es scheint, dass du viel gelernt hast. Jedoch... Du hast nur mein Phantom besiegt. Trittst du mein wachen Ich gegenüber, wirst du vernichtet. Ich werde die reitende Kreaturen nun in den Hades verbannen, denn sie hat ihren Schöpfer enttäuscht. Ja, Leute, ähm, und ich würde sagen, ich beende jetzt hier den Part und wir machen den nächsten Part weiter. Also, bis dann. Ciao. Ciao.